Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet, momentan traden wir bei ungefähr 30.300 US-Dollar. Gestern war es ein bisschen ruhiger, wie gesagt, ich bin auf Reisen, man sieht es ja auch, alles provisorisch ein bisschen eingerichtet, ab morgen sollte es alles wieder ein bisschen professioneller sein. Wenn es dann nach Oslo geht, am Wochenende sind wir dann wieder in Zypern und spätestens dann läuft wieder alles normal. Ansonsten, wie gesagt, momentan bei 30.300 US-Dollar hat sich wirklich wenig verändert die letzten Tage, beziehungsweise auch seit gestern. Ihr seht hier, wir kommen einfach nicht über unsere Supply-Zone bei 31.500 US-Dollar. Wir schaffen es nicht über die 4 Stunden E-Mail-Ribbon momentan und das Volumen ist weiterhin katastrophal. Also wir kriegen keinen impulsiven Move nach oben, wir sind einfach momentan in einer Konsolidierungsphase. Wir haben uns im letzten Video noch die BTC-Longs bei Bitfinex angeschaut. Diese konsolidieren jetzt auch erstmal. Wir wissen aber trotzdem nicht genau, was ist das jetzt wirklich für eine Art, was da jetzt aufgezogen wird. Im Endeffekt, jeder geht es davon aus, okay, die Bitfinex Longs sind extrem hoch auf All-Time-High-Niveau und wir brettern jetzt nach oben. Ich wäre da immer noch ein bisschen vorsichtig, weil solche Positionen, die wurden schon viel, viel eher aufgemacht. Also wir haben ja schon bei hier oben 38k davon geredet, dass die Bitfinex Longs extrem, extrem hoch sind und trotzdem sind wir nochmal auf 26.000 US-Dollar runtergedammt. Also ich wäre da immer noch ein bisschen mit Vorsicht. Der Ares Eye ist in einem relativ neutralen Bereich. Gleich trotzdem, ich bin weiterhin eher der Ansicht, dass wir hier auf jeden Fall nochmal runter können in diesem Bereich zwischen 26.000 oder sogar 24.000 US-Dollar. Das ist momentan so mein Worst-Case-Szenario. Einfach aufgrund dessen weiterhin dieser S3 hier unten. Wir haben eine schöne Liquiditätszone auch noch plus eine schöne Supportzone, die hier auch noch liegt von unserer alten Konsolidierungsphase. Deswegen ist für mich weiterhin das Risiko höher, dass wir hier nochmal runterfallen. Wir können aber zuerst noch hier oben in diesem Bereich zwischen 34.000 und 35.000 US-Dollar noch ein paar Shorts abgrasen, um dann hier wirklich nochmal ein Reversal nach unten hin zu starten und dann hier endgültig die Korrektur abzuschließen. Warum nochmal auf 35k? Einfach aufgrund dessen, wir haben hier oben noch ein schönes Fibonacci Retracement Level. Das ziehen wir hier jetzt mal von 40k runter zu unserem Korrigierpunkt und dann seht ihr auch hier 34.3 bis 34.8. Je nachdem auf welcher Exchange man das macht, sage ich mal, ist noch ungefähr 35k mit drin. Deswegen so maximal 35k. Wir grasen das Golden Pocket ab und setzen dann zu unserer letzten Korrektur nach unten in Richtung 24.000 US-Dollar an. Das ist so momentan den Bereich, den ich auf jeden Fall noch sehe. Ansonsten gibt es wirklich wenig zu sagen. Wir haben einfach kaum Volumen im Markt. Wir haben gestern keinen Fake-Out gesehen. Wir haben heute bisher keinen Fake-Out gesehen. Deswegen Konsolidierungsphase mit momentan sogar höherer Wahrscheinlichkeit meines Erachtens, dass wir erstmal nochmal ein bisschen hochgehen, um die Shorts zu liquidieren. Aber trotzdem nochmal dieser finale Move auf die 24.000 US-Dollar oder 24.500 US-Dollar ist nicht abgeschrieben. Ansonsten, Ethereum, gleiches Spiel auch hier. Mitten in unserer Supply-Zone, wo wir einfach nicht rüberkommen. Plus Monats-S2, plus die 4 Stunden E-Mail-Ribbons, kommen wir ebenfalls nicht rüber. So, schauen wir uns noch ein paar Altcoins an. Schauen wir uns vor allem mal XRP an. Gleiches Spiel. Hier haben wir schon diesen Brick eingezeichnet vom letzten Video. Auch hier gehe ich davon aus, dass wir diesen noch füllen. Bei XRP haben wir noch den Vorteil, wir haben noch ein kleines Void hier nach oben hin zu füllen. Also so eine kleine Ineffizienz bis ca. 0,50 Dollar. Das heißt auch hier zumindest kurzfristig höheres wahrscheinliches Szenario, dass wir erstmal hier nochmal hochgehen bis maximal 53 US-Dollar sind und dann hier wirklich nochmal eine finale Korrektur nach unten sehen und dann möglicherweise einen schönen doppelten Boden sehen. So, und zu guter Letzt schauen wir uns jetzt einfach nochmal Luna an, weil ich da einfach nochmal eine Warnung raushauen will einfach. Ich würde an eurer Stelle weiterhin hier wirklich, wirklich vorsichtig sein. Wir gehen jetzt mal in den 15-Minuten-Chart. Es wird schon wieder wirklich extrem viel gehypt. Also wenn ich mir manche Videos angucke, dann denke ich mir einfach so, okay, die Leute sollen wirklich ihr Geld verlieren hier. Deswegen passt da einfach momentan drauf auf, was ihr macht. Nicht zu viel in Luna investieren. Wenn ihr da verzocken wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich werde auch nur wirklich Spiegel da reintun. Und ihr seht schon, das ist wirklich nervig, hier diesen Kurs hochzuscrollen. Vor allem, wenn man keine Maus hat. Aber gut, damit muss man jetzt leben. Auf jeden Fall weiterhin sehr, sehr volatil, sage ich mal. Man sieht es hier ziemlich gut. Hat zwar jetzt ein bisschen gedauert, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist wirklich weiterhin so ein Pump-and-Dump-Spiel hier, was veranstaltet wird. Deswegen wirklich, seid mit Vorsicht, es gibt noch keinen wirklichen Recovery-Plan. Klar, es wurden jetzt schon zwei vom Gründer veröffentlicht, aber trotzdem, die Supply nimmt, glaube ich, weiterhin immer zu. Der US-T-Coin ist weiterhin komplett im Arsch, um mal ganz ehrlich das so sagen zu dürfen. Deswegen einfach ein bisschen aufpassen. Nicht zu viel Kohle da reinstecken. Behaltet es ein bisschen im Auge. Passt auf euer Geld auf. Und ansonsten gibt es von meiner Seite hier wenig zu sagen. Chart-Analyse bringt hier einfach im Endeffekt wenig. Klar, wir könnten jetzt sagen, okay, wir bilden jetzt hier wieder ein höheres Tief, sind hier in einem Art-Symmetrical-Triangle, aber trotzdem, passt da drauf auf. Also Chart-Analyse, ganz ehrlich, würde ich hier einfach momentan nicht machen. Das ist wirklich nur Spielgeld und Zockerei. Ansonsten, das war es von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Ansonsten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten aktiviert noch die Glocke, wenn ich euch jeden Tag auf den Sack gehen soll. Und ich würde sagen, wir hören uns, ich vermute, morgen wieder. Ansonsten, wenn es irgendwas gibt, Telegram-Gruppe, schaut vorbei. Oder schreibt mir einfach privat. Ansonsten, wir hören uns morgen wieder. Und bis dahin, ciao, ciao. Stay Crypto.